Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zurück, mitten im Krieg gegen Lauenburg, die zweite Folge mit Nübeck. Und Lauenburg fällt. Jetzt ist der Weg tatsächlich ja dann direkt schon frei gemacht, um sich mit Wolgast anzulegen. Lauenburg konnten wir rausnehmen aus der Geschichte, die spielen hier keine Rolle mehr. Jetzt also Marsch auf Wolgast mit unseren 10.000 Mann. Wir sind tatsächlich alleine in diesem Krieg. Wir verlassen uns sehr auf unsere Handelsliga mit Bremen, Hamburg natürlich, Oldenburg. Lassen wir uns defensiv sichern. Wir müssen auf jeden Fall aber mal mit den Diplomaten ein bisschen was machen. Ja, die haben noch nicht geliefert in der letzten Folge. Also, ich brauche Zugangsrecht, um Mecklenburg durchqueren zu können. Durfte Wolgast nämlich bisher nicht. Die sind verfeindet. Na, Moment. Mecklenburg sagt, da ja, Wolgast irgendwann nicht beruht auf Gegenseitigkeit. Also dürfen sie nicht durch. Wir wiederum können uns jetzt Zugangsrecht verschaffen. Ich sehe mich hier relativ sicher, weil ich hier Lauenburg schon halte. Dass wir jetzt hier eigentlich marschieren können. Dann am besten Wolgast nehmen. Vielleicht hier sogar Strahlsund irgendwie noch eine Provinz abknipsen können. 7.000 Mann, die kriegen wir. Die kriegen wir. In Rostock. Oh shit. Oh shit. Haben wir unseren Feind... Pause. Haben wir unseren Feind da gerade maßlos unterschätzt? Und die Antwort ist... Ja. Ja, verdammt. Wir haben sie unterschätzt. Oha. Die sind uns deutlich überlegen. Technologisch alles noch auf einer Höhe. Aber das ist natürlich ganz, ganz übel. Erst am 9. März kommen wir weg. Weg, 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 Leute. Oh, Schande. Oh, Schande. Oh fuck. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade erst die erste Folge hochgeladen. Ich habe nicht im Vorfeld irgendwie jetzt hier 4, 5 Folgen am Stück aufgenommen. Nein, 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 nein. Oh, das ist übel. Das ist übel. Okay. Analysieren wir kurz die Situation. Wolgast marschiert auf uns drauf. Unsere Armee ist im Prinzip zerstört. Oha. Können wir uns... Oh, und sie wollen sogar lieber... Wir sparen ganz schlimm. Kurz müssen wir nachdenken. Drei Minuten gespielt und schon sind wir kurz vor der Vernichtung, sind wir ehrlich. Wir haben Wolgast maßlos unterschätzt. Ich dachte, okay, ich kann Lauenburg nehmen. Und bin dann mindestens gleichwertig gegenüber Wolgast. Jetzt haben sie unsere Armee aber komplett zerlegt. Lauenburg hat natürlich kein Interesse mehr jetzt an einem Friedensvertrag. Also nicht mal, dass ihr irgendwie hier sauber aus der Sache noch rauskommt. Nein, nein, nein. Die wollen richtig was von uns haben. Das kann doch noch schlimmer werden. Meine Armee hat keine Moral. Meine Armee ist hier gefesselt in Lübeck. Ich muss ihnen irgendwas anbieten. Anderfalls ist das Spiel vorbei, Leute. Ach du Scheiße. Ich muss mein Bündnis annulieren. Sie bleiben aber ja in der Liga, ne? Und ich muss ihnen Geld bieten. Befürchte ich fast. Ich weiß, das ist schmerzhaft, Leute. Aber ich sehe gerade keinen anderen Weg, oder? Denkt mir nochmal kurz drüber nach. Wolgast marschiert gerade auf Lübeck. Die werden uns hier zerquetschen. Wir können eigentlich nur noch aus der Nummer rauskommen, indem wir Zugeständnisse machen. Und ich sehe nichts. Nur über Geld ist, glaube ich, zu billig, ne? Das über Geld zu lösen, ist ihnen zu... X-Reparationen? Ne, sie wollen wirklich andere Zugeständnisse. Okay, aber Reparationen gebe ich ihnen nicht. Dann gebe ich ihnen tatsächlich Bargeld. Oh, fuck. Was ist ein Start in diese Folge? Was ist ein Start in dieses Let's Play? Okay, Lübeck fast schon an die Wand gefahren, aber... Keine Wahl. Ich muss tatsächlich... Lauenburg hier Zugeständnisse machen. Hamburg bleibt Mitglied der Handelsliga. Oh, Schande. Oh, Schande. Da habe ich mir keinen Gefallen mitgetan. Ich muss jetzt den Friedensvertrag machen. Gegen die Armee von Wolgast hatte ich keine Chance. Armee zusammengefasst. Wir sind wieder im Limit. Oha, das hätte ganz böse enden können. Der hätte einfach das Let's Play gerade mal zu Ende sein können. Bisschen das Risiko, was ich jetzt eingegangen bin, als ich sagte, wie gerade gesagt, ich habe nur die erste Folge bisher gespielt und hochgeladen direkt. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es erst weiter. Okay, analysieren wir mal unsere Situation. Wir haben den Waffenstillstand jetzt bis 56 mit Wolgast. Defensiv stehen wir nach wie vor ganz gut da. Wir haben mit drei... Zack, eins, zwei, drei ganz okay dastehende Partner von uns in der Handelsliga. Aber das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen. Brandenburg wäre mein Wunschpartner. Aber die haben zu viele Beziehungen. Die kriege ich nicht. Wir wollen natürlich weiter mit den Feinden Mecklenburgs. Irgendwie in zusammengehendem Trecht hatten wir deswegen uns mal angeschaut. Stettin. Mit Wolgast haben wir uns gerade so ein bisschen verscherzt. Und ja, die mögen natürlich... Sonst haben wir hier ein deutsches Bündnis. Und jetzt Sachsen-Laurenburg, was dem im Wege steht. Unser Rivale. Oh, schwierig. Oh, wow, 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 wow. Wie kommen wir denn aus der Nummer jetzt raus? Wir spielen auch sehr schwer. Darf auch ein bisschen knifflig sein am Beginn, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das läuft alles andere als noch klar gerade. Ich kriege keine Verbündeten rein in die Geschichten. Also nochmal laut jetzt nachdenken. Feinde von... Nein, da, von Laurenburg. Das ist nicht angewählt. Feinde von Laurenburg sind... Holstein. Was er denn in der Max, oder? Oh, wow, interessant. Das haben wir nicht mitbekommen, ne? Holstein ist unabhängig. Und verbündet mit Dithmarschen. Okay, ich habe ein neues Ziel für uns, Freunde. Ich habe ein neues Ziel. Schleswig, wie ist denn das passiert? Wie ist denn... Da muss ja Schleswig an... Dänemark gefallen sein. Und sie waren doch aber eigentlich Vasall. Wie kann denn dann Holstein noch unabhängig sein? Haben wir da was verpasst? Ah, wo konnte man denn die... Provinzgeschichte nach... vollziehen? Schleswig wurde annektiert. Am 28. Juni 47. Interessant. Oh, das war doch eine Nation. Nicht, dass ich jetzt hier ganz großen Quatsch gerade erzähle. Egal. Holstein, neues Ziel für uns. Verbündet mit Dithmarschen. Könnte knappen. Wenn ich eine große Armee aufstelle, die erst Holstein und dann Dithmarschen knackt. Wieder sind wir in Unterzahlen. Ich weiß. Ich kriege aber keine Gefechte hin, wo ich wirklich mal einen Verbündeten reinnehmen kann. Hamburg kann ich gerade abschreiben. Erst 59 wieder. Dürfen wir sie alliieren? Ich sehe es nicht so richtig ein, unsere Partner hier in der Allianz zu nehmen. Aber wir brauchen Partner. Das ist uns natürlich absolut klar und bewusst. Hier wäre jetzt aber tatsächlich ein Weg über Holstein, Dithmarschen. Und immer ein bisschen Land nehmen und sich dann bereit machen für einen Krieg. Einen zweiten gegen Lauenburg, gegen Mecklenburg. Aber ohne Partner geht es nicht. Wir sind dran bei Österreich am Hofe. Keine Chance. Wir sind natürlich viel zu klein. Das sind so die Mächte hier natürlich in unserer Region. Österreich, Böhmen, Brandenburg, Polen. Der Deutsche Orden? Fragezeichen. Ja, auch nicht gut. Schweden. Unter der Fuchtel. Der Dänen. Die Engländer. Das ist alles zu weit weg. Nicht realistisch für uns. Wir sind zu klein. Wir müssen ganz kleine Brötchen backen. Gerade nachdem wir der Vernichtung hier von der Kranosse entkommen sind. Ich verlasse mich gerade voll auf meine Handelsdiga. Aber macht es auch so Sinn, jetzt irgendwie mit so einem Sachsen oder so zusammen zu gehen? Das ist tatsächlich sogar fast außer Reichweite für uns. Und die Renaissance, die alles ändert, ist da. Gucken kurz, wo sie gespawnt ist. Ein Moferato. Sehr gut. Renaissance wird kein Thema für uns sein. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, sobald wir die Tech hier haben, bauen wir mal unsere Stadt noch ein bisschen aus. Okay, aber wir lecken kurz unsere Wunden. Warten, bis das Spionagenetzwerk sich aufbaut gegenüber Holstein. Dann Angriff auf Holstein, Angriff auf Dimashen. Mit einer sehr, sehr großen Armee, die wir aufstellen müssen. Wow, 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 wow. Das war knapp. Das war ganz knapp. So. Es sind republikanische Tugenden zu wählen. Autoritarismus. Unruh global minus eins. Politische Dynastien. Kriegt ein zufälliger Kandidat bei der Wahl immer plus eins. Sehr gut, aber es hat eine 33% Chance. Nur, dass es dann noch den Kandidaten trifft, den ich haben möchte. Oder wir gehen voll auf Republikanismus. Tradition plus 0,2 hier nicht. Jawohl, das finde ich gut. Ich investiere lieber die republikanische Tradition, um meinen Kandidaten wiederwählen zu lassen. Und habe dann mehr quasi, was wieder reinkommt. Oh, fuck. Okay, das ist haarscharf gewesen. Völlig unterschätzt. Aber ganz ehrlich. Da merkt man vielleicht auch, dass ich ein bisschen länger nicht gespielt habe. Mich hier einfach mal mit Wolkers anzulegen, die fünf Provinzen haben. Klar, alle nicht so die Wahnsinnsprovinzen. So viel Entwicklung ist das alles nicht? 10, 17, 23, 28. Naja, aber immer noch 28 zu 17. Wenn wir da nur eine Stadt haben, ist das schon riskant gewesen, die Nummer. Okay, wir gehen mal weiter. Holstein ist im Reich. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall 30 Punkte hinlegen. Gehen wir mal ein bisschen im Tempo hochkommen. Auch ein bisschen was in Geld rein. Braucht es die Flotte gerade? Ja, die sollten wir auch aktiv halten. Gerade für eine Belagerung oder so. Müssen wir aber gleich ordentlich investieren. Festung kann man vielleicht mal stilllegen. Für den Moment auch riskant. Aber ich glaube nicht, dass man uns angreifen wird. Ähm, ja. Bei der Regierungsreform gar kein Problem, haben wir gerade das ausgegeben. Müssen wir mal rausfinden. Wir können mal gucken gehen. Könnte es natürlich auch in den Statistiken nachgucken, wie viele Männer hat die Tamarischen. Aber so ist es natürlich viel interessanter. 5.000! Holstein ist ein grünes, flaches Land. Der Fluss. Zehn Prestige haben wir nötig nach dem Krieg gerade. Der Fluss geht nur Richtung Schleswig. Wir hätten hier einen sauberen Kampf gegen Holstein. Die Dittmachische Armee würde dazu stoßen. Frage können wir noch abwarten. Und dann mit Tag 4 vielleicht reinknallen hier. Oh Gott, viele neue Nachrichten. Pause. Aufstände in den Bergen. Olaf Nilsson. Skanker. Berühmter Befehlshaber der Festung Bergenhus und Todfeind der Hanse in Norwegen ist von lokalen Kaufleuten getötet worden. Trotz seiner vielen Dienste für die Krone war Olaf auch ein Pirat, der im gesamten Nordseegebiet Schiffe der Hanse jagt. Um diese Bedrohung ihrer Interessen auszuschalten, haben die deutschen Kaufleute einen Aufstand angestiftet und Olaf in einer lokalen Abtei eingekesselt, die sie darauf niederbrannt. Konsequent. Oder verlagt sein Schicksal in den Flammen zusammen mit Mönchen, lokalen Bürgern und dem Bischof von Bergen. Der offensichtlich der offensichtliche Widerwillen von Philipp Mool, die Hanse zu rügen, hat die Feuer der norwegischen Unzufriedenheit weiter geschürt. Daraus gezeichnet. Die Händler schon ins Ausland. Auch in Ordnung. Okay. Wir haben gleich ein Datum für unseren Angriff. Mai 53. Ist da noch knapp zweieinhalb Jahre hin. Ha, oder doch jetzt schon. Frage, was ist besser? Ich glaube, die werden jetzt auch noch nicht auf Deck 4 gehen können. Könnte natürlich noch einen Berater einstellen, um das ein bisschen hoch zu jagen. Und dann müssen wir auf 10.000 Mann aber Minimum gehen. Eher 11.000 sogar. Könnte jetzt auf 11.000 rüsten. Das ginge natürlich. Aber da will ich natürlich jetzt gar kein Risiko mehr eingehen. Gar nichts anbrennen lassen. Wir investieren jetzt in eine größere Armee. Dass wir hier ein bisschen Landgewinn verzeichnen können. Wir sind ein bisschen gedrillt. Das muss kurz warten. Die Festen sollten wir wieder aktivieren. Weil wenn unsere Armee nicht siegreich ist in Holstein, dann haben wir ohnehin vernommen. Letztens voll auf Infanterie. Sag mal, 12.000 Mann. Bleiben beide bei Tech. Drei noch. Einen Kredit nehme ich jetzt sogar auf. Mutmaßlich werde ich noch einen weiteren Kredit aufnehmen müssen. Das habe ich gesagt. Ich will auch 12 sogar. Wir nehmen jetzt richtig Geld mal in die Hand. Um uns hier aus dieser Festlung zu befreien, in die wir geraten sind. So. Okay, sogar noch einen. Einen Kredit noch. Und dann werden wir jetzt aber gleich richtig draufzahlen müssen. Weil meine Armee so teuer ist. Und die müssen wir dann natürlich auch sofort einsetzen. Aber wenn es für uns gelingt, Holstein und Dithmarschen zu nehmen, haben wir gutes Land. Dann haben wir auch die Möglichkeit, Richtung Stade zu ziehen. Pferden anzugreifen. Theoretisch zumindest. Wäre eine weitere Option für uns. Kirchen möglich jetzt. Schnell die Armee hochrüsten. Angreifen. Hoffen, dass sie nicht auf Tech 4 gehen. Ach, Dithmarschen ist Tech 4. Oha. Bam, 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 bam. Wie groß ist die Gefahr, dass Dithmarschen... Guck mal, 5 Moral, Militärtaktik. 5.000 Mann, die jetzt deutlich stärker sind. Ich erzwinge es jetzt so ein bisschen. Mit einem riesigen Heer. So, hätte ich jetzt die Armee nicht schon angefangen, Hof zu jagen. Hätte ich es gelassen. Die Geschichte nochmal abgeblasen. Aber so, ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Solange Holstein noch auf Tech 3 bleibt, ist in Ordnung. Warte noch Tech 3, ausgerechnet Dithmarschen. Die Republik hier, an der Nordsee. Die sind so fortschrittlich. Noch 2.000 Mann kommen oben drauf. Wir haben auch Cavalari, aber wir haben keine. 12.000 zu 9.000 mit besserer Moral und Militärtaktik auf Dithmarscher Seite. Ich sehe keinen Anführer, aber die können natürlich sofort einen ausheben dann. Legt man nochmal 1.000 Mann drauf, Fragezeichen? Ja. Wenn wir diesen Krieg gewinnen, spielt das Geld keine so große Rolle mehr für uns. Da hätte ich jetzt vielleicht sogar eher einen Söldner anheuern sollen. Ich mache es gerade ein bisschen mit der Brechstange. Das ist vielleicht auch nicht die klügste Idee gerade. Aber oft so, ne? Man verliert so eine Schlacht hier in Laumburg. Und dann will man sich jetzt aber auch gleich irgendwie rehabilitieren. Hey, hey, hey. Ja, und jetzt nehme ich der Söld hier auch richtig rein. Aber wir haben die Mission abgeschlossen. Immerhin. Wir bekommen Anspruch auf das mecklenburgische Gebiet. Dauerhaft. Perfekt. Hilft uns später auf jeden Fall weiter. Jetzt ist mir egal. So, den Anspruch brauchen wir nicht weiter. Hier haben wir Ansprüche. Wir können mal kurz unsere Diplomaten einsetzen, ne? Ruhe reinbringen. Alles ein bisschen hektisch gerade. Da haben wir einen Anspruch auf Vollstein. Ich pushe meine Beziehungen mal bei Brandenburg aufs Maximum. Gegenüber Österreich sind wir auf dem Maximum. Die Schweden sind einfach... Kann man... Ja. Bei Gelegenheiten hochtreiben. Mit den Hollandern... Na, die sind ja Basal der Burgunder. Such noch einen Verbündeten irgendwie in unserer... In unserer Preis gerade lassen hier. So, jetzt sind wir gleich bei 13.000 Mann. Oh, ich bin sogar auf 14 gegangen. Ey, wir sind so verschuldet. Jetzt ist es schon relativ egal. Aber es ist eine Investition in die Zukunft Lübecks. In die Zukunft der Hanse. Ein bisschen unorthodox, muss ich zugeben. Wie ich hier spiele gerade. Also, um sich jetzt Lübeck im Jahr 1452 dermaßen zu verschulden, nachdem man fast gegen Lauburk Krieg verloren hat. Schwierig. Aber jetzt kommt das Comeback. Äh, der Sommerkrieg im Jahre 1452. Ähm, genau. 9.000 Mann bringen sie zusammen mit. Wir haben keine andere Wahl, als... Diesen Krieg zu nehmen und ihn zu gewinnen. Wenn wir ihn verlieren, ist... Das Spiel an dieser Stelle vorbei. Für Lübeck. Sehr gut. Dietmar schon reagiert nicht. Die Dietmar schon hat nicht reagiert auf unsere Attacke. Wir können nachsetzen. Wir können auf die Dietmar'sche Armee marschieren. Oha, sind die stark. Haltet durch, Leute. Haltet durch. Das sind 3.000 Mann. Aber meine Moral war noch nicht ganz da. Da war ich vielleicht zu forsch. Meine Flotte wieder vergessen. Jetzt müssen wir aber nachsetzen. Oh, die Flotte. Leute, das ist bitter. Das war dumm. So. Wir haben sie. Durchatmen, Leute. Durchatmen. Ähm, wir fassen... Natürlich sofort reduzieren wir die... Die Stärke und die Größe unserer Armee. Ähm. 10.000 Mann... Ja. Müssen reichen. Auf heimatliches Territorium zurück. Zing. Zack. 1.000 Mann in Dietmar schon stationieren, damit sie da keine Truppen ausheben können. Und wir holen uns erstmal Holstein. Und die lösen wir hier direkt auf, um Geld zu sparen. Bringt uns auf... Ja, wir sind immer bei 10.000. Eigentlich immer noch zu viel, ne? Oh, ja. Ich will die Macht nicht hergeben. Ja, ich muss durch meine Armee lieber weiter reduzieren. Die Kosten und nicht einfach sonst ein Vermögen. Ich habe genügend Männer, um... Hier jeweils zuzugreifen. Hier jeweils zuzugreifen. Passt. Benediktus, der 13. Ist unser neuer Papst. Lang möge er leben. Ist ein ganz, ganz teurer Krieg. Ein dummer Krieg. Ja. Ein bisschen aus der... Aus der Schande der Niederlage hier geboren. Um uns zurückgehabitieren. Ja, auch unsere Handels... Handelsflotte. Ach, okay. Wir haben sie nicht verloren, aber sie hat... Huch. Warum war denn die Flotte draußen? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hm. Wir setzen jetzt mal auf einen militärischen Kandidaten. Nämlich Gregor Billing. Damit übernehmen die Aristokraten. Wir haben auch nochmal mehr Moral. Auch darauf hätte man natürlich warten können. Auf diesen Krieg. Aber es ist... Ich muss da auch reinkommen. Ich brauche... Ich werde so... Ich habe es euch am Anfang gesagt. Ich werde zwei, drei Folgen sicher nicht brauchen. Dass ich wieder wirklich voll im Game bin. Und mich nicht mal so dumme Geschichten einlasse. Und gerade auf dem Schwierigkeitsgrad... Schwierig. Sollte man sich da nicht erlauben. Aber wir haben sie... Sollte alles kein Thema sein. Nehmen das Prestige. Wir haben die Armee komplett ausgelöscht. 9000 Mann sind gefallen. Sie können keine weiteren Truppen aussehen. Wir müssen jetzt ganz gemütlich einfach nur Holstein schnappen. Unsere Verluste halten sich jetzt in Grenzen. Passt alles. Kommt derweil auf unseren Diplomaten irgendwann. Oh, Wolgast ist es. Hm. Obwohl sie verbündet sind mit Sachsen-Launenburg. Das ist natürlich super für uns. Können wir vielleicht sogar hochpushen. Und dann trotzdem mit Wolgast in ein Bündnis kommen. Wäre super gegen Mecklenburg. Mir gefällt aber gerade diese Position hier natürlich auch sehr gut. Die Position Richtung Nord- und Ostsee zu haben. Wird beide Provinzen nehmen. Wird aber teuer. Da wir bisher aber keine aggressive Expansion haben. Kann man sich auch mal 19 Entwicklungen... Uh, ist gut. Na, vorher hatten wir hier 5 Entwicklungen im Sinn. Wird teuer, ist beides Kaiserreich. Wird Österreich auch nicht allzu erfreut sein. Okay. Das wird ein bisschen dauern hier. Denn Schiffe haben sie noch. Nur leichte Schiffe. Oh, okay. Aber auch Transportschiffe. Und ich habe dem nur 3 Galeren entgegenzusetzen. Da machen wir nichts. Solange wir hier belagern und hier kann ja nichts anbrennen, gucken wir uns mal ein bisschen um gerade. Was ist so den ersten knapp 10 Jahren geschehen? Die Osmanen haben Konstantinopel bereits genommen. Allerdings Korinth und Muria verschont. Interessant. Wollen wir uns noch Dithmarsch? Aragon haben wir mitbekommen nicht mehr her über Neapel. Kastilien mit Portugal alliiert. Kastilien mit Portugal alliiert. Standard. Das ist auch immer sehr, sehr spannend. Das ist immer so eine Wildcard. Verbündet mit Tome-Mode. Das klingt schon wieder so irisch. Wir müssen sich in die Iren hier überall ein. Böhm und Brandenburg. Das ist natürlich ein gutes Duo. Polen hat die Herrschaft über Litauen errungen. Moskau wächst und gedeiht. Die machen richtig Druck. Das war eine Menge Vasallen bereits. Moskau für mich aber auch immer so ein bisschen Wildcard. Weil es am Ende natürlich darauf ankommt, ob sie auch für den Verkündeten haben. Könnten dann immer am Polen-Litauen auch scheitern. So jetzt für uns Tag 4. Tier-Taktik und Heeresmoral erhöht. Das ist ganz wichtig. Hier kommen wir auch in die Allianz. Das ist sehr hervorragend. Obwohl sie zu viele Beziehungen haben. Aber man mag uns plötzlich. Das kann sich jetzt natürlich gleich extrem verändern, wenn wir da Land nehmen. Da wird unser Ruf sehr, sehr leiden leider. Das ist unangenehm. Gut, dass wir bei den Österreichern ein bisschen schönes Wetter machen. Wir pushen mal bei den Engländern. Weil eigentlich Burgund unser ein Bündnispartner der Wahrheit sein müsste. Gegen die Dänen. Stabide Regierung. Da geben wir Prestige schwer her. Und die Marschen sollte jetzt auch gleich fallen. Nein, dauert. Dauert ein bisschen. Kann schon mal... Ne, wir können noch nicht gucken. Bock hat. Schon mal schauen, welche Friedensmöglichkeit es gäbe beziehungsweise wie viel aggressive Expansion uns das dann kosten würde. Aber Leute, ich glaube gar nicht, wie leichter ich bin. Nach diesem Katastrophenanfang in dieser Folge jetzt nach hinten raus doch noch hier zu einem Frieden zu kommen. Bisschen glücklich, die Geschichte mit Schleswig und Holstein. Ich musste irgendwas... Oder hatte ich es einfach nur falsch in Erinnerung. Sie haben es umgebaut. Am 12. November 44 wurde annektiert von Holstein. Starten? Ich muss tatsächlich nochmal reingucken, wie das hier losging. Ist da nur Schleswig-Vasal gewesen? Nicht länger kein Punkt von Holstein. Also, wenn ihr mir das aufklären könntet, in den Kommentaren wäre ich euch sehr verbunden. Aber das verstehe ich tatsächlich einfach nicht so ganz. Ansonsten... Ja. Läuft es doch ganz gut. Ich bin übrigens auch immer großer Fan der Marmeluppen. Und drückt den, glaube ich, seit jeher die Daumen, dass sie sich einmal durchsetzen werden gegen die Osman. Ich habe es noch nie erlebt. Ich bin sehr gespannt, was diese Welt mitzubringt. Aber da wir auch mit historisch starken Nationen... Also, ich spiele nur mit Nationen im Glück. Auch historisch. So. Da gehören ja auch die Osmanen dazu. Und ich glaube, die Marmeluppen nicht. Was passiert hier? Angreifer gegen die Limonischen Orden. Eroberung von Özil. Läuft doch nicht so gut, oder? Moment, ist der Krieg gerade vorbei, da ist. Ah, jetzt haben wir das Ende verpasst. Überhaupt, wir sollten uns mal die wichtigsten Nationen hier reinsetzen, dass wir das alles mitbekommen. Ganz kurz. Die Doktrin des Partikulargerichts. Habt es ein Fluss? Ne, Unruhe in die Welt möchte ich nicht haben. Kenne ich nichts. Ungarn interessant, warum nicht? Osmanen will ich auch immer wissen. Polen auf jeden Fall. Rika gehört zu uns. Die Liga der Deutschen Orden ist in der Nähe. Also, so Regeln für mich. Ich will von einer kleinen Nation um uns herum auf jeden Fall wissen, was passiert. Ich will aber natürlich von allen großen Nationen in der Welt wissen, was passiert. Denn wir haben ja den Anspruch, irgendwann auch global denken zu können. Deswegen können wir da auch gleich mal anfangen, uns da entsprechend zu informieren. Braunschweig ist nicht verkehren. Weiß, dass die in den Krieg reingehen. Dithmarschen gibt es gleich nicht mehr. Ach, ja, Christilien, Aragorn, Portugal. Alles nicht uninteressant. Passt soweit. Ich bin Österreicher hier mit bei. Da. Venedig kann aber raus. Das interessiert mich nicht so sehr. Sachsen-Launburg. Ja, wo war ich drin? Aragusa, nur weil sie auch so eine Kaufmannsrepublik sind. Genua kann auch weg. Sehe ich nicht als Konkurrenz. So, Leute. Lasst uns an den Verhandlungstisch gehen. Ich hoffe sehr, dass... ...dass dieser gute Wille hier Brandenburgs und von Volgasts weiter freundlich bleibt. Deshalb schicke ich gleich mal beide Diplomaten nach Hause. Ähm, für Friedensverhandlungen. Also, ich würde tatsächlich einen separat Frieden machen mit Dithmarschen. Jetzt die Frage, will ich beides annektieren? Wir machen es mal aus Sicht von Holstein. Nein. Das führt zu 42 aggressiver Expansionen im Maximum. Das ist okay. Das ist schon eine Menge, aber das ist okay. Das heißt, wir können es uns leisten, beide einfach zu annektieren. Alternative, äh, ein Vasall vielleicht, aber da wir eh nur drei diplomatische Beziehungen haben. Und wenn ich einen Vasallen aufbaue, dann würde ich ihn eher ein bisschen auch füttern wollen. Deswegen separat Frieden mit Dithmarschen, einfach weil wir dann hier auch das Geld nehmen können. Die volle Annexion. Moment mal. Ist das mehr aggressive Expansion, wenn ich sie separat eigentlich nehme? Egal. Wird schon, wird schon passen. Ähm. Wir annektieren Dithmarschen. Und wir annektieren Holstein. Jetzt fressen wir natürlich uns relativ satt hier. Ein bisschen Geld hilft uns auch. Passt von der Überdehnung alles gar kein Problem. Und wir nehmen das Land. Unsere Armee positioniere ich mal in Holstein. Ähm. Wir haben zwar ein bisschen Kriegsmöglichkeit, aber direkt Kernprovinzen machen. Dann werden wir das vielleicht in der Ruhr reinkriegen. Dann sofort geschaut. Können wir das Bündnis noch eingehen mit Wollgast? Ja. Könnten wir. Aber könnten wir auch das Bündnis mit Brandenburg noch eingehen? Ja, könnten wir auch. Okay, fände ich fast attraktiv. Jetzt zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Also Brandenburg ist auf jeden Fall der langfristige Bündnispartner für uns. Den wir haben wollen, um uns hier wirklich zu einer Regionalmacht zu entwickeln. Wollgast wäre tatsächlich nur für den Moment, nur gegen Mecklenburg. Und man müsste dann natürlich auch Land versprechen. Andersrum, Brandenburg könnte man vielleicht auch mal ein bisschen Land hier reinlocken. Obwohl sie jetzt nicht unbedingt das allergrößte Interesse daran haben. Ich würde tatsächlich aber die Allianzen mit Brandenburg bevorzugen. Ich kann halt nicht beide haben, weil sie einander... Nein, nicht einander, aber... Na doch, sie hassen einander. Beide rivalisieren sie sich. Wer nimmt die Allianzen mit dem Kurfürstentum Brandenburg? Allbrichter Ritter Achilles. Bei dem Namen, Leute. Besiegeln das Ganze. Dadurch haben wir jetzt einen wirklich starken Bündnispartner hier an unserer Seite, in der Region. Das wird uns helfen. Neben unserer Handelsliga, die wir ein bisschen... Vielleicht, wo wir auch mal ein bisschen gut Wetter machen können. Gerade Oldenburg. Ja, ja, die mögen die Expansion hier nicht. Puschen wir einfach die Beziehung mal ein bisschen hoch. So. Und wir wählen noch neue Rivalen. Beziehungsweise einen neuen Rivalen. Aktuell ja Mecklenburg, Sachsen-Launburg. Werden wir ein Thema für uns? Expansionstechnisch? Naja, das machen wir auch. Da würde ich als nächstes ansetzen vielleicht sogar. Rivalisieren uns auch. Von daher passt das. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, entweder Richtung Mecklenburg, Richtung Launburg oder eben Richtung Pferden zu schauen. Das geht also in eine Menge. Wir haben jetzt auch ein richtig gutes Land genommen. Unsere Entwicklung quasi verdoppelt. Wird natürlich ein bisschen dauern, bis wir dieses auch sehr gut niedersext. Das ist ein sehr gut niedersextisches Land, bis wir diese Kulturgruppe ja auch bei uns dann drin haben. Also alles eine Primärkultur. Passt perfekt. Wilde Folge, Leute. Eine ganz wilde Folge. Beinahe ausgelöscht worden zu Beginn. Wir haben es jetzt doch noch irgendwie geschafft, uns hier deutlich auszudienen. Schwierige Entscheidung. Da werden 98 Republikanische Traditionen haben. Machen wir es mal so rum. Wir können zum Abschluss noch ein paar Kredite zurückfeuern. Zack. Wir haben immer noch vier, aber überschaubar. Sind im Plus 8000. Mann, ich bleibe da jetzt kurz noch über dem Limit. Einfach weil ich weiß, spätestens wenn die Kerngruppe jetzt erstellt ist. Ich komme gleich auf 8000 Limit. Wahrscheinlich sogar eher 9. Passt. Also fast... Fast war das Spiel vorbei. Nach wenigen Minuten in der zweiten Folge. Wir haben es aber irgendwie geschafft. Wir haben die Niederlage heruntergeschluckt. Dann sind dann, ja, Wut entbrannt. In einen wilden Krieg gegen Holstein und Dippenmarschen gezogen. Der war ein bisschen... Ja. Den kann man auch anders finden. Den kann man eleganter machen. Gebe ich zu. Gebe ich auf jeden Fall zu. Aber wir haben ihn gewonnen. Das ist das Allerwelle. Ich liebste... Wir sind auf jeden Fall jetzt auf der Karte. Da geht was. In der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin.